Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Diesmal geht es um die grauen Lederklamotten aus den Hallen und da sind sie. Ein Set wie bei den anderen und wir schauen uns das mal an. So, das ist das feste Set und wir haben, so wie es aussieht, auch wieder alle Teile. Und dann starten wir mal. So, von den Farben natürlich wieder, so wie oft, grün, ein bisschen hellbraun, leichte Musterung obendrauf. Leider kann ich den Charakter nicht nach vorne kippen, sonst könnte man von oben mal aufgucken. Da haben wir dann die Brust. Die ist natürlich farblich jetzt ein bisschen anders. Das hier ist natürlich oben mit drin, hier die Schnallen. Das Modell haben wir auch schon mal gesehen. Die Armschienen passen farblich gut dazu. Die Hände auch. Das ist einfach nur so ein halber Handschuh. Dann haben wir den Gürtel, der eher von den Farben wie die Schultern sind. Die Hosen. Die passen natürlich in beides. Da haben wir das Helle. Auch sehr nett. Und die passenden Schuhe, die schließen das Ganze ab. Schulter sehen zwar ein bisschen komisch dabei aus, passen aber von den Farben dazu. Und es gehört auch mit rein. Meine Lieben, das ist das feste Leder-Set aus den Scharlach-Roten-Hallen. Typische Lederfarben. Hier auch mit den Knien. Mit den Nähten. Überall. Hier unten auch. Auch diesmal nur ein Set. Ich weiß nicht, warum da nur eins droppt. Wahrscheinlich wegen dem Level. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, wenn wir an die grünen Sachen gehen. Ich hoffe, ihr habt was Gutes gefunden. Ich danke euch und bis bald. Tschüss. 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 Vielen Dank.